so willkommen zurück zu star wars battlefront noch eine runde und wir werden hier von allen seiten beschossen und ja mein erster kill da war ja gerade nicht schlecht gewesen sag ich mal aber manchmal klappt es hätte ich auch nicht ne ist klar ich komme nicht voran hier stehen die gestellt ist nicht der verweiler hier dann habe ich aber ich bin auch gleich im eimach sehe ich gerade jetzt läuft es gut hier oder was schauen wir mal wieder rauskommen hier ist ein loch hier falsch hier aber ok die dinger fliegen auch noch rum hier ich meine die mit auch noch mit wahrscheinlich bis jetzt sieht er ganz gut aus hier oder auch nicht naja gut ab und zu mal jetzt mal jemand anders dabei waren ich glaube es ja kaum ich habe schon viele abschösser mal haut zu haben mal klappt zu kommen mensch wahnsinn naja aber manchmal bin ich aber auch zu am drecken ist unterschiedlich auf alle fälle ist ganz unterschiedlich manchmal läuft's halt manchmal nicht ne feindliche elemente weg ist die granada hier verloren mensch guck doch hin man ich bin oben angegriffen ja manchmal ist es so ich wenn man die nächsten roten spielt wird es besser na aber es unterschiedlich ganz unterschiedlich ganz unterschiedlich ich hätte gar nicht das Ding hier oben gehabt geht das? hör mal danke warte mal ich muss wieder in die schlacht rennen sonst schimpfen die hier rum mach du was draus, hopper da ich zähl auf dich zähl auf dich wo sind denn die alle? ich treff mal, ich sehe ja mal keinen ha feindliche einheiten geordnet mh liegt gerade ein bisschen im geiß hier oder wat ich wollte hier rüber aber gut ich habe es nicht geschafft wo sind die schlacht hier ach hier oben ist die schlacht ok hier oben war die schlacht hier oben ist die schlacht ah ja da oben ist er süß da oben war einer ja kanada ist von der Achtung und ja jetzt hab ich dich aber wichtig jetzt hab ich dich aber aber wichtig aaaaah da ist er wieder was fuß denn dabei? mensch it's alright da fällt die Richtung so das ist meiner, ok ok ich bin mal auf Zeldra rum wo schießt er denn hin? laut unserer Spione hat das Imperium die Hilfe seiner Sturmtruppen verlor Feind in Sicht! oh hier vorne oh hier vorne war jemand ne? und ich auch gewesen naja gut sind wir alle im Eimer zählt ja auch mit wenn dieses äh äh geschützt was trifft von mir ne? weil sich da hingestellt hat er logischerweise war das jetzt meiner? also meiner, sorry ich lass ihn manchmal laufen sie eben immer von den Füßen rum hier da da hab ich fast erwischt Mensch fast erwischt hey ach fuck jetzt bin ich wieder oh nein jetzt bin ich wieder sonst wo ach Gott nein bin gefallen haut's mich weg die Schlacht hat's aber in sich hier sind die hinterlegen falsch hier alter ist oben abgeschossen ey aber volle eben konzentriert euch ach der schon wieder ey was hat er denn von bist du ey? elf oder wat? hab ich das nicht? ach ist das gar nicht ist das denn? ach shit ey jetzt wirds aber langsam Maui am Ende wa? ja ja der ist gut ich hasse mich gefasst gehabt von da unten kommen die fräger alle hier ah fuck ja von hinten supi 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 fox killer den hat man aber noch nicht gehabt den fox killer da werden uns immer was neues dabei he wie ich weiß wie es nicht und ja ist es wie ich wie es ist das auch nix. Muss man halt hoffen, dass man erwischt hat. Und gut halt, ne? Geile Panone. Scheiße platziert, ey. Echt scheiße platziert, ey. Komm ich halt mal hin hier. Mist. Naja gut, ich kann sich auch nicht ändern jetzt. Halt dumm gelaufen. Dumm gelaufen! Ach, ist nicht. Umgebungskanone war das oder irgend sowas? Alter, was hat der denn? Umgebungskanone? Oh, verdammt. Bitteschön platziert. Egal. Wie sieht's denn aus hier? Ja, jetzt könnte man falsch mal siegen hier. Das sieht ja gut aus. Jetzt kannst du was werden hier. Cool, das Ding hier will ich haben, Mensch. Wo ist es denn? Lass mich es mitnehmen, ey. Ja, wohl, okay, cool. Kann ich wahrscheinlich wieder einsetzen. Alla vallala, den haben wir erwischt. Siebby, den haben wir erwischt, ey. Mit unseren Obidanangriff. Ich hab mich vorbeigetroffen, ne. Aber ich hab ihn noch erwischt trotzdem. Trotz allem erwischt noch. Sehr schön. Sind sie da alle weg hier, die Jungs. Ah, verdammt. Wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich gesiegt, Mensch. Geil. Endlich mal ein Sieg hier, ey. Okay, sauber. Und das war's. Ja, sauber. Gewonnen, ey. Und, boah, hab ich richtig gut mitgeschossen, ey. Jetzt bin ich schon zwölfmal gestorben. Zehn Kills. Also, das war eigentlich eine schlechte Runde hier. Kann man nicht mosern. Ne? Aber wann fuhres es immer? Guckt mal hin, ey. Boah, oder? Der ist ja voll im Rennen hier. Voll im Rennen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.